Hallo Freunde hier ist Barsch Game Hilfe! Freunde willkommen zu einem neuen Video Hier sind die Barsch Game Die Toilette von Grimace Shake Monster Aus dem Weg Aus dem Weg Hier kann Barsch Game Freunde wir müssen die alle umbringen Diese fette Grimace Shake Monster Scheiße ich muss nach Lade Aus dem Weg Freunde willkommen zu einem neuen Video Mein Name ist Barsch Game Nichts vergessen zu like, es teilen, kommentieren und Glocke aktivieren Freunde wir wollen wieder Wow! Reagieren auf eine Grimace Shake Video Auf eine Grimace Shake Video Aber wir müssen dafür nach Hause kommen So erstmal diese ganzen Grimace Monster umbringen Die sind alle in Bikini Bottom gekommen Woher kommen die? Aus dem Weg Aus dem Weg Jetzt Weg skippen die Toilette Aus dem Weg Wow! Geh Freunde Ganz Bikini Bottom ist voll Mit diesem ganzen Grimace Monster Wir müssen ein bisschen nach Hause kommen Erstmal alle eliminieren Aber kein Problem Freunde Der Albanische Barsch Game ist Wow! Eine Supersoldat Guckt euch meine Laserwaffen an Aus dem Weg Diese fette Grimace Shake Monster Freunde Diese Wow! Sogar skippen die Toilette Warum sind die zusammen hier Freunde? Die stecken unter einer Decke Wow! Aus dem Weg Aus dem Weg Aus dem Weg Wir müssen alle umbringen Okay wir haben sie fast Freunde Wow! Ich bin fast tot Ich werde eine Karotte essen Und weglaufen Freunde hier gibt es sogar Grimace Shakes Wow! Ich bin fast tot Oh! Holy Shit! Freunde! Oh! Oh! Noch ein Herz! Wow! 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 Okay wir haben uns was geschafft Freunde hier sind sogar Grimace Shakes die mich angreifen Sogar diese kleinen hässliche Shakes von McDonalds Burger King ist sowieso besser Ah! Der letzte Shake ist hier Aus dem Weg du fisch Okay Freunde wir sind Endlich zu Hause angekommen Jetzt gucken wir uns an Wow! Das ist auch ein Grimace Shake Scheiß nicht recht Scheiß nicht recht So und jetzt gehen wir rein und gucken diese Videos auf YouTube Freunde Let's go! Okay Freunde es geht los Oh Freunde Das ist die Stimme von Grimace Oh no! Er trinkt auch den Grimace Shake Freunde Der Synchronsprecher Das ist die Stimme Freunde von Grimace Shake Oh no! Wow! Freunde das ist die Stimme von Grimace Oh no! Der ist böse Der sieht genauso aus wie der Grimace Freunde Er trinkt ihn jetzt oder? Warum bestellst du das mein Freund? Oh no! Freunde bei einem Gruselhaus mit lila Farben trinkt ihr die Grimace Shake Warum? Oh no! Oh no Freunde Woo! Freunde Diese Videos sind so gruselig Wenn ihr Angst habt guckt nicht weiter Das ist so gruselig Warum trinkt der kleine Junge den Grimace Shake? Oh no! Dieser kleine Junge weiß nicht was gleich passiert Der denkt der kriegt eine Happy Meal mit Spielzeug Und dann wird er auseinandergenommen von diesem Monster Oh no! Was ist das für eine Mutter? Was sind das für Eltern? Warum bringen die ihn da zu McDonalds? Guck mal diese Grimace Monster an diesen fett Sack Verprügeln die ihn da los! Der sieht so böse aus Freunde Der sieht so böse aus Warum verprügeln die ihn nicht? Okay er isst ein Eis Zum Glück Freunde Zum Glück nicht die Grimace Shake Zum Glück nicht die Grimace Shake Uh! Sehr gut! Okay die haben nicht die Grimace Shake getrunken Uh! Freunde bitte nicht Ich glaube er trinkt ihn Oh no! Oh no! Warum trinken die den alle? Oh no! Was passiert? Huh! Da ist dieser Monster Freunde Der kommt immer näher! Er kommt immer näher! No! Wow! Lauf weg mein Freund! Lauf schnell weg! Verprügeln die! Na los! Es ist vorbei Freunde! Zu spät! Oh no! diese werbung freunde von grimace shake ist so gruselig happy birthday grimace wo ist der grimace shake das ist einfach ein fußball er macht ein tutorial wie man die grimace shake ist da mit ketchup wird er gemacht okay macht das jetzt noch blau bären da kommt eis ok von ben and jerry tom and jerry vanille und ketchup ok warum kein ketchup da rein und milch ok ok und dann kommt der grimace shake jetzt macht er das kleine ok und einfach nicht glaube er trinkt ihn jetzt auch diese idiot was heißt supreme ist das eine creme freunde ich glaube er trinkt ihn wirklich diese idiot warum trinken die denn alle wow oh no freunde diese dumme werbung von mcdonald's diese mädchen sieht aber auch gruselig aus die berg der grimace wo freunde der kommt zu dir nach hause wenn man diese shake dreht ist der grimace shake trend real ist der wirklichkeit das will ich jetzt testen ok wow er wurde attackiert ok zeig mir mal ok er trinkt ihn mit schräg freunde sehr süß blubber wow freunde man alle werden auseinandergenommen waa 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 Oh no, Freunde! Die sind wirklich gruselig! Wow! Okay, okay, was macht er jetzt? Wow! Freunde, das ist so gruselig! Das ist schlimmer als der Halloween! Wohin geht er jetzt? Ist er fertig mit dem Shake? Du Idiot, trink ich nicht! Freunde, warum trinken diese Idioten denn alle? Oh no! Oh no, oh no, oh no! Bitte nicht, mein Freund! Hörst du auf, die zu trinken, dass der Grimm ist? Dreh sich doch um, du Idiot! Wow! Oh, das ist eine Comic! Eine Cartoon mit Grimmis! Hm, die trinkt den Shake! Okay, was passiert jetzt? Wow! Pikachu? Das ist Pokémon, Freunde! Pokémon mit dem Grimmis Shake! Wow! Was passiert hier, Freunde? I just got the Grimmis Shake! Oh no! Freunde, das ist so gruselig! Oh no! Oh no! Oh no! Was passiert hier, Freunde? Oh no! Was passiert hier? Oh no! Happy Birthday Grimmis! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh! Ronald McDonald! Wow! Freunde, die sind alle richtig gruselig! Freunde, ich habe ein bisschen Angst! Habt ihr auch Angst? Schreibt mein Kommentare! Nix vergessen zu liken! Und Glocke aktivieren! Diese fette Klauen. Ich glaube, er will Schläge. Freund, ich habe ein bisschen Angst. Freund, ich habe ein bisschen Angst. Was passiert hier? Bitte auf damit. Warum trinkt er den Shake? Freunde, warum trinkt er den Shake? Er wurde auseinandergenommen. Er wurde auseinandergenommen. Ronald, McDonald, es tut mir leid. Oh, er erzählt uns, Freunde, was mit Grimace passiert ist. Wow. Okay. Was passiert hier, Freunde? Das war ein geheimer Plan bei McDonald's. Freunde, wieso geht das nicht weiter? Oh, das geht weiter, okay. Der erklärt uns, was mit dieser Grimace passiert ist. Freunde, warum trinken die alle diese Shake? Hört auf damit, den zu trinken. Trink nur Wasser. 1971 hat McDonald's Ding gemacht, okay. Böse Grimace. Wow. Okay. Freunde, das ist wirklich gruselig. Was passiert hier, Freunde? Was passiert hier? Er wurde damals böse Grimace genannt, Freunde, 1971. Er hat Kinder gegessen. Oh. Oh, die haben ihn dann gelöscht. Der war böse, Freunde, schon immer. Der hat Kinder gegessen. Habt ihr gesehen? Der ist wirklich böse. Niemals, Freunde, trinken. Habt ihr das gehört? Niemals. 52 Jahre alt ist dieser Grimace, Freunde. Normal, dass er böse ist. Wow. Was? Freunde, Grimace macht diese Milch von dem Milchshake. Deswegen will er alle angreifen. Guck mal an, Freunde. Er weiß, wer den getrunken hat. Oh, no. Oh, no, Freunde. Bitte trink nicht diese Grimace-Shake. Freunde, warum trinken die alle diese Grimace-Shake? Diese Idioten. Okay, erzähl mir die Geschichte von Grimace. Freunde, niemals nachts angucken diese Videos. Die sind gruselig. Ronald McDonald ist von McDonald's, Ron, der Clown. Der ist lieb und dieser Grimace ist böse. Die haben zusammen ein Restaurant gehabt. Die haben Ronald McDonald's fristlos gekündigt. Und dann ist Grimace böse geworden. Deswegen. Ach so. Deswegen ist er böse geworden, Freunde. Er hat Kinder gegessen. Was passiert da, Freunde? Die wurden alle gegessen von Grimace. Oh, no. Eine ganze Familie, Freunde. Sind die dumm. Warum trinken die alle diese Shake? Das ist gut, das ist gut. Wow. Freunde, was ist da passiert? Warum trinken die alle diese Shake? Was ist Grimace? 1971, Freunde, war er böse, weil die haben Ronald McDonald's fristlos gekündigt bei McDonald's. Aber den gegeben eine Kündigung und die waren Freunde. Und deswegen ist er böse geworden. Okay. Wir verstehen. Wir verstehen. Die waren lieb am Anfang. Er ist so böse, Freunde. Er ist böse. Grimace ist böse. Das ist Grimace. Wow, Freunde, er isst einfach Kinder. Grimace sieht einfach böse aus, Freunde. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe auch ein bisschen Angst. Ich glaube, wir müssen gleich diese Wette abbrechen. Er sieht zu grüselig aus. Ich habe Angst langsam. Freunde, ich habe langsam Angst. Er sieht so grüselig aus, Freunde. Er ist doch keine Milchshake. Warum sagen die, er ist eine Milchshake? Er ist eine Monster. Eine böse, fette Monster. Der ist so grüselig, Freunde. Der ist so grüselig. Was ist in dem Grimace-Shake drin, Freunde? Ich will jetzt wissen. Manche haben den gemacht mit Ketchup, dieser Shake. Mit Blaubeeren, Erdbeeren, Ketchup und Milch. Und Eis. Welche YouTuberer sind gestorben mit Grimace-Shake? Nichts vergessen zu liken, kommentieren und Gluck aktivieren. Happy Egg Gremace. Wow! Wer ist diese Jotterberg, Freunde? Kennt ihr die? Ich habe die noch nie gesehen. Wer sind die alle? Wow! Birthday Gremace, Gremace, Gremace. Freunde, ich muss das Video abbrechen. Das ist mir zu grüselig. Okay, Freunde, es reicht. Das ist zu grüselig. Freunde, das war sehr grüselig. Ich muss das leider abbrechen. Nichts vergessen zu liken, kommentieren und Gluck aktivieren. Mein Name ist Bashkim und wir sehen uns beim nächsten Video, Freunde. Diese Videos sind wirklich so grüselig. Ich habe Angst.